Jetzt kommt Polizei, weil irgendeiner da wohl quer ging unter die Balkontür, die ist wohl krachen gegangen, alter, scheiße. Sorry, wir machen Pause, jawohl. Na ja, na ja, toll, offensichtlich, wenn ihr nicht sofort aufhört, ruft ich die Bull, ja, die wissen schon Bescheid, die waren schon hier voll. Alter Falter, ich zünd an, ja, mach, kannst schmeißen das Ding, Fireball F3, oh oh, oh. Ja, moin, alter. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu dem Silvester-Vlog 2023, 2024. Oh, hier ist schon eine schöne Wache, ne? Guck mal hier, oh ja. Oh, alter Mann. So, dann wollen wir mal loslegen hier. Wir sind gerade von der Einkaufstour gekommen. Guck dir mal den hässlichen Vogel an, alter. Und jetzt geht's los. Ob ihr hässlich seid? Ja, gut, oder? Oh, ich hab schön reingewurstet. Wurst. Nochmal hallo. Hallo, na? So, selbstverliebt gucken wir nochmal unsere eigene Einkaufstour. Ja, man. Freude, freu dich so. Unboxing. Schalig. Schmausi, ich stehe schon die Hände an. Der alte Arschwecker. Hier, Karchim, du wach das Feuerwerk. Oh ja, das ist erst mal sehr lecker. Mmh, hier, Pyroland, schmeck ich schmeck. Hier, kannst du mit dir snubbeln. Und da unten hat sich auch noch was für. Snubbel. Du snubbeln, ja. Leute, da zschepert hier in einer Tour, alter. Das war ja mal. Teig. Wuhu. Wuhu. Ah, fängt mein Leben, alter. Scheiße. Da, Batze sieht man nicht. Kacke. Da hab ich reingeschissen, alter. Ja, na, selbstverständlich ist die genau jetzt aus, alter. Fuck you. Bitch. Oh, perfekt, alter. So. Oben angekommen. Jetzt hab ich alles hier oben. Jetzt wird gleich sortiert, alter. Aber vorher muss ich euch noch was erzählen, ey. Eben die Sprachmacht. Na, perfekt. Genau. Sprachnachricht von Modi gekriegt. Da kommt schon wieder eine rein, alter. Gut abgefeiert. Erstmal die ersten zwei Nachrichten, das ist verstanden. Pass auf. Äh, wir machen ja eine Show, ne? Dieses Jahr wohl. Denn so 18, 19 Uhr. Und dann haben die schon rumphilosophiert. Ja, was macht der denn für eine Show? Und dann ging das los hier von wegen. Ja, der lässt sich abseilen wie Helene Fischer mit zwei Wunderkerzen in der Foto. Und dann, wenn er unten angekommen ist, ja, dann wirft er uns Knaller zwischen die Füße, wenn wir dann mal sehen, wie wir tanzen können. Ich sag ja, Hubschrauber hab ich schon gemietet, alter. Alter, das ist echt mal kreativ. Ja, wisst ihr Bescheid? Vielleicht auch sowas. Oha, jetzt hab ich Premiere. Punkt 12. Ah, nee, das war RTL. Keine Ahnung. Goodie. Na denn, jetzt geht's ans Packen. Bis gleich. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ja, wie machen wir das? Oh, da hinten erstmal eine schöne kleine Partybombe Pegasus. Also, das, was ihr hier seht, ist alles Svazer-Einkaufstour gewesen. Kennt ihr ja schon vielleicht. Oh, gehen wir einfach mal durch, ne? Oh ja, feinste Sachen, die das Leben schöner machen, alter. Vor allem zehnmal Heulermatzen. Haha, ist das geil. So, hier ist so ein bisschen Baller-Abteil. Und Feier über den Funker-Funker. Noch mehr Funker. Und Plus Ultra. Hier für die Bootser. Hier noch ein paar Baller-Sortimente. Wie ist das? Hier ein kleiner Pedis. So, hier eine Tüte, lauter Kleinzeug drin. Bombenrohre, Bombenrohre, Knaller, Blading-Dom. Alles Mögliche. So wie hier. Alles schöne. Keiner Stuff da. Oh mein Gott. Lecker, lecker. Jo, kann uns lachen. Double Power. Simon Go. Sky Shots. Noch mal ein Baller-Sortiment. Oder ein paar mehrere. Hier unter der Jackpot. Jo, hier Silvester wie damals. Das sind noch ein paar Reste vom letzten Jahr. Hier eine Kiste. Hm, da kommen noch richtig schmackige Sachen auf euch zu. Ganze Sortimente, richtig alte Sachen. Läuft Feuerwerk, Baller sowieso. Wie ist das? Boah, gut Baller. Ja, vielleicht kommen sogar diese Batterien dazu, ne? So, wir wollen uns mal steigern. Das Format ist ganz gut angekommen. Boah, schauen wir mal weiter mal. Hier ist noch ein bisschen was drin. Hätte ich dir jetzt ausgebreitet, wäre die ganze Hütte voll, Alter. Also, bla, ding dong, bla, ding dong, bum, bum, ding dong, bla. Bisschen Bescheid. Auch noch irgendwas da, hier, da, 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 hier. Ja, sind nicht alle, aber gut, muss reichen, ist noch hoch. Okay, da habe ich ja noch ein paar Sortimente. So, hier wieder feinstes kleine Zeug von der Bestellung hin. Hm, Pyroland, Pyrojacken. Lecker Schmecker. Achso, ja, Weed of Pyro. Wir haben heute den 30. Weed of Pyro ist immer noch nicht angekommen, ne? Zum Glück habe ich da nur meine wichtigsten Sachen bei. Mein Finale und dieser Lutbatzen und alles, naja. Ja, wenn das nicht kommt, wäre richtig scheiße, ne? Mal gucken. So, hier haben wir die fetten Batzen. Stormy Flash. Orion-Fächer, Kolorgasmus-Fächer. Bat oder Bat-Future-Hulk. Goldfinger-Phosphor. Oh, der fette. Keu ich schon wieder. Nightwish, Panda, Carolus-Agento, Beastmaster, Veko, Konterbund, Röder. Hebarbarian aus dem Peenie, Stormy Flash. Big Surprise und Schwärmerei. Ja, gucken wir mal, daraus machen wir bestimmt eine kleine Show, ne? Wir haben heute lecker Schmecker. Pyroland-Zau, ich bin schon ein bisschen durch hier, heute. Chili Snow, Changhaiden, Nightcurve, Nurse, viel mehr. Oder, Verbot. Popp-lop-lop-pum, Ignis. Und Faskinat-Raketen. So, Leute, kleiner Nachtrag, war doch noch nicht alles an Feuerwerk. Das habe ich hier noch gefunden. Alter, das habe ich ganz vergessen. Fuck, was habe ich denn hier alles? Ich bin völlig krank. Backyard-Party, Rocket Clash. Lollipop, kleine Jaucher-Raketen, Röder-Raketen, kleine Funke-Raketen und was weiß ich nicht. Alles Mischung, blablabla. Lilliput-Raketen da hinten. Oh, Top Explosion. Und hier Iron Pack. So, hier ist gerade einer angekommen, der Weihnachtsmann ist da. Alle singen Tralalalala. Was haben wir denn da? Danke dir, die schenken einfach mal, wa? Ja. Oh ja, ich bin, perfektes Timing. Ich bin da gerade am Böller-Kiste packen, Alter. Echt? Ja, Mann. Okay, dann kann die mal ein super Einzelflöscher sein. Oha, danke, Mann. Wuppala. Das wird ein Träger-Vergleich, ey. Du Scheiße. Ja, den war ich gerade am anruppen. Geht weiter, Junge. Geht weiter hier. So, Licht flackert, ekelhaft, aber gut. Jetzt machen wir den Funke-D-Schinken auf, aber von unten, weil der eh schon angerissen ist. Oh, du bist so nach Essen, Alter. Ich habe so Bock, ne? Ja, machen wir gleich schön Nudeln mit Ketchup, Alter. Geht Romantik. Und? Auch ein 22D. Aha. Oha. Mal aufmachen? Joa, mach. Versprecht schon mal viel. Lecker, ey. Boah, die, die war dann am Tag. Das ist geil aus, Mann. Oha. Joa, Mami, ich will jetzt schon ballern. P1, das dürftest du. Ja, mehr oder weniger, ne? Ja. Geil, Mann. Naja, gut, es geht voran mit der Kiste. Guckt euch mal die Jauche an. Schöne Superböller 2, denkst du dir, ne? Und dann, bam. Guck, guck. Alter, das bezahlst du, den Tunnel zahlst du da und dann hast du das hier. Was ist ein D-Böller? Kleiner als ein D-Böller gefühlt. Wie ein C-Böller sieht das aus, also von der Länge her. Ja, ja. Alter, das ist das peinlich, ey. Naja. Ja, 2,1 Gramm, ne? Na, immerhin. Uiuiui. Ne. Meiner. Was? Die hat 10,4 auf der ganzen Packung. Naja, ist doch was. 2,6. Ja, das ist gut. Gut. Schmeckt. So, Leute, die Böllerkäste ist gepackt für tagsüber. Oh, feinste Sachen. Ein paar kleine Batterien, Flattertasche. Ach, so Kleinigkeiten. Funke darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Ist ja wohl klar. Nochmal Kleinigkeiten, ein paar Sets. Auch ein bisschen Batzenalligator, das Bombenrohre ist aber klar. Flashbangs, Schreckschrauben. Fetter Böllervergleich, oha. Da wird ein bisschen fett dieses Jahr, glaube ich. Hier noch feinste Kubis. Naja. Kann sich doch sehen lassen, oder wat? Goodie. So, dann gehen wir jetzt rüber. Zur Abends-Nachts-Kiste, wie auch immer. Oh Gott, oh Gott, das wird was. So, Leute. Übrigens, oh, die Show ist gepackt. Alter Falter, die ganz fetten Batzen sind da unter. Hätte ich vielleicht auch mal mitnehmen können, aber naja, macht ja nix. Alter Falter. Oh, oh. Das könnte ein bisschen was werden. Oh, oh. Na ja. Oh, ich freue mich, Mr. Gray. Kacke, Leute, ich habe schon wieder was vergessen. Das war immer noch nicht alles. Oh, ich werde total bekloppt. Hier sind noch die kleinen Batzen alle. Oh, nö. Ich habe auch nicht mehr, Herr Gray. Scheiße. Das kannst du keinem erzählen, Junge. Irgendwann war das mit mir nicht richtig im Kopf, ne? Kann das sein? Da habe ich nämlich gerade gefragt beim Packen, wo ist die Eruption, Junge? Kack. Ja, hier wohl. Scheiße. Zwei Riesenkisten sind schon im Keller. Ich glaube, ich habe echt einzurennen, Alter, das schaffe ich nie im Leben. Oh, Feuerling, was haben wir denn noch so? Oh, noch Agentu da unten und so. Och, Mann. Ich komme nicht mehr. So, der letzte Karton ist fertig, Leute. Das ist einfach mal so zum Zwischendurchballern. Äh, weiß ich, Vorfreude, Compilations oder was weiß ich. Da unten, also da unten sind noch feinste Batterien. Schöne, kleine, leckere, feine. Oh, ja. War Spaß. So, jetzt ist es aber wirklich der letzte Karton. Noch ein paar Raketensortimente. So, jetzt habe ich Feierabend. Arschlecken. Weckschwitz wie eine abgestochen Frau, Alter. Gesundheit bis gestern. Oh, ja. Yo. So, jetzt wollen wir noch mal MC anriffen. Nee, wir wollen ihn fragen, wo wir noch was mitbringen. So, wie? Wir sind jetzt hier gerade beim Klaulern. So, dann haben wir unser Supertelefon bei ihm. Moin, MC. Moin. Na? Na? Du, ich stehe hier gerade bei Klaulern. Yo. Soll ich dir noch was mitbringen? Ja, gerne. So, Cobra 12, die ist das? Ja. Ja, Muckwies. Cool, dankeschön. Ja. Jo. Alles klar. Machen wir. Alles klar. Bis gestern. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. So, jetzt erst mal schön einkaufen gehen, Junge, mit dem Ballerwagen. Mit dem Penny. Was machen Sachen? Junge, Junge, du kannst keinem erzählen. Wie die Assis. Geil. Gut, wir lassen mal sehen, wenn der erste wird, sagt. So, natürlich, ne? Feinste Staubklopse. Man kennt's. Traditioner. Schön lecker Bier. Am 1.1. können wir uns die Synapsen wegschrauben. Wie die Schweine gekostet. Jo. Ähm. Ne, blau. Na? Ha. Aha, aha. Falsch. Jo. Ist das eine Poison? Ich hab die gestern schon mal gesehen, aber die ist so farbintensiv, Alter, ich weiß gar nicht. Ja. Hm. Sieht so aus, ne? Ach, da. Oh, grün-rot die ganze Zeit. Da fällt mir standard ein, was so wäre jetzt. 16 Schuss waren es, glaube ich, auch. Guck, guck. So, erstmal schön lecker Döner holen hier. Hm, dam, dam, dam. Den ganzen Tag noch nicht gefressen und eine Handvoll Nudeln mit Ketchup und eine Stolle. Juuu. Junge. Ahu. Junge, Junge, ihr macht krach im ganzen Viertel hier, Junge. Oh, spannend, oder? Alter, was ist hier los? Moinsen, moin, moin. Ja? Ja, Vlog hier, ne? Hallo. Hallo. Er kommt einmal mit Latsen raus, der. Ja, ich bin doll, ne? Ihr macht mich total geil mit der Jauch hier. Boah. Wer ist hier? C, oder? Ja, los. Ach, moin. Büromanager in klein, ne? Boah. Die kleinen Dinger, Alter. Ach, du Scheiße. Funke mit hier, bitte. Boah, Junge. Ja, die brennt ja gleich. Boah, wie viel Spaß man mit F1 haben kann, ne? Wenn man da drauf schlachtet ist. Boah. Junge, Junge. Boah, hoah. Woopi. B-off. B-off. Nice. Stabil, oder? Warte, da trinkt noch was. Weißt du? Ja. Der 31.12. Leute, 8 Uhr, noch was. Na? Alter Falter, ist das geil. Ich habe zwar nur von halb 3 bis halb 8 Uhr gepennt, aber macht nichts. Ist mir scheißegal, ich kann überhaupt nicht mehr pennen. Ich habe das jetzt auf Krampf über eine halbe Stunde versucht. Kann es knicken. Aber ist nicht slim, ich freue mich, Alter. Alles fertig gepackt. Oh mein Gott. Putzen, schnappen, losballern, ausrasten. Das ist der Plan. Oh yeah. Oh süßi. Oh pipi. Gut, ich habe auch gut. Oh Gott, bist du süß. Scheiße. Oh, schnappen. So wie ihr gesehen habt. Alle Sachen sind schon gepackt, Alter. Highspeed am Pumpen, draußen ballert schon. Wie geil ist das denn, Alter. Besser geht es nicht. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht überfassen. Ja, boopi kommt gleich rumgezittert, dann geht es rund. Erst im Arsch und dann im Mund, ey. Oh, herrlich. Und ich wollte mich vor allem bedanken, heute Nacht 14.000 Abos geknackt. Das ist ja wohl völlig krank, Jonge. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch da draußen. Tausend Dank, Alter. Na denn, weitermachen. Bis gleich. Wie lange war misst du? Moin, moin. Ja, ne? Wie lange kam, Alter. Irgendwie ist es doch, ja. Geht bis heute Nacht und mal Uhr, das Ding. Was, vorne alles Böller? Alles Böller jetzt für tagsüber und alte Sachen. Dann hinten geht es weiter nachher ein bisschen Leuchtsachen, Batterien. Unten sind noch zwei K-Bünde, drei K-Bünde. Alter, Falter. Hammerhart. Auf der Seite kannst du noch mal filmen. Krass ist scheiße. Das Ding schalmt es auch unten. Alter, scheiße, das ist auch Adresse bei mir. Ja, habe ich auch gerade gesehen, deswegen verpixelte Zeug. Schön verpixeln. Achso, oha. Ja, wirklich vor Ort. Alter, Falter. Geil. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Nach dem Neon Oak Förster von Leslie. Dann geht es rund. Erst um acht. Der Mund. Oh, die Kaputten sind schon da. Jawohl. Endlich mal normale Leute hier. Na ja, sag ich. Hat gesagt. Wuh, gute Morgen. Was geht? Durchdrehen oder was? Scheißscherben hier, Junge. Gleich mit der Fresse reinballern, Junge. Ja, die hat ewig gemacht. Hallo. Auf chillig, sagst du. Ach, na? Na ja. Ja, ich muss mich auch mitnehmen. Was? Ja, sehr gut. Moinsen. Moinsen, mein Schätzlein. So, ich glaube, ich kann losgehen. Oh yeah. So, Leute, wir müssen erst mal die Location wechseln, weil... Ja, das war viel zu doll. Rille, guten Tag, guten Tacho. Na? Und da hinten kommt der Manneschon. Hehehe. Guten Tacho. Ach, schön beladen, ja? Finde ich gut, finde ich gut. Alter, Funke. Funke. Oh, da war noch das Haus. Ach, du Scheiße, ey. Oh, oh. So, hier ein bisschen wat. Hier gerade mal Raritäten sind, Alter. Silvester, wie verweiß. Hammerhart wird, wenn das Dach hier hat. Das kannst du keinem erzählen, ey. Völlig doll. Ja, cool. Moin. Junge, Junge. Moin, Pauli. Hey. Jetzt muss man Hallo sagen. Hallo, na? Hallo, na? Alter, hier ist wat los dieses Jahr, ey. Ei, ei, ei. Krank genug. Ich war auch im Kaumland, ne? Ey, da chillt erstmal ein Verteiler, eine Baumkrone, Junge. Oh, fluppel. Oh. Hm, feinste alte Ware noch. Super eins. Oh, hoi. Oh, Raketer. Scheiße, was? Die Scheibe ist kaputt gegangen, sagst du. Echt jetzt? Hat die Scheibe kaputt? Hat man einen Balkon? Ja. Ach du Kacke, ey. Das fängt ja gut an. Jetzt kommt Polizei. Alter. Ach du Scheiße. Oh, oh. Ja, na klar. Aber wer war denn das? War das einer? Der ist hier im Balkon gefeuert worden, weil die so eine Verzögerung hat. Alter, Scheiße. Ja, nur das Achter. Ups. Deswegen war ich jetzt am Kompisor. Was, wie können wir ja das? Was, was, ja. Du, das ist ohne Dinger quergehen. Oh. Alter, was war das denn? Oh, das habe ich nur mit dem Toaster jetzt aufgenommen. Scheiße, ey. Wow. Die habe ich noch einzeln. Abgefahren. Scheiße, Leute. Ja, jetzt kommt Polizei, weil irgendeiner da wohl... ...quer ging und die Balkontür, die ist wohl krachen gegangen, Alter. Scheiße. Oh, der schnipselt wieder. Weißt du, wenn ich es nicht ordentlich auf... Scheiße. Oh Gott. Na, das wird noch spannend heute hier. Eieiei. Bleibt dran, ne? Der kam auch irgendwo aus dem Fenster, oder? Alter, was ist denn da? Oh, Polizei kommt. Oh, nee. Die Bulli. Machst du dann alle sauber, ne? Ja. Ja? Ja? Dann der... Oh, warum? Ja. Jetzt machst du auch die WVG wieder sauber, ne? Ja. Dafür sind bezahlt. Die werden dafür bezahlt, ja? Ja. Achso. Cool. Gut geil. Dann werden die dafür bezahlt, oder was? Das ist auch nicht genau so ein Mist. Oha. Oha. Lecker Schmecker. So, wir sind schon sehr erfolgreich hier am Machen. Alter, falls der geht aus da zieht, ne? Ja. Kannst keinem erzählen, ey. Das ist so wahnsinnig. Bam. Scheiße, ey. Ja. Halber Schinken C, ne? Fuck my life. Halber Schinken C, warte mal. Den seht ihr denn im Vlog? So, Moment. Scheiße, ich schenke den C. Ach du Scheiße. Oho. Oho. Biss hier alles voll geschneipselt, Alter. Yo, chillig. Oh, chillig, ne? Oh, kann man erst mal machen, so. Zum einstimmen, ne? Für Watt? Halb zwei, zwei. Oh Gott. Bam. Oho. Jetzt wird vier schon wieder, was dollet gemacht, hab ich gehört. Oh, das kannst du nicht sagen. Ach du Kacke. Ach du Kacke, fickt mein Leben. Endlich mal der originale A. Ja, stimmt. Ist so, ne? Wir probieren ihn, ne? Ja, mal kosten. Warte, dann muss ich mit der anderen. Oh, Kamera auch nochmal ran. Schön pumpe ich, Junge. Hupala. Kommt der denn jetzt her? Alter. Ich will mal ein bisschen Pücken holen, ja? No. Geht los, oder? Oha. Oha. Ja, mach mal ein bisschen. Hopp, 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 hopp. Oha. 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 Oha, Digger. Um Gottes Willen, ey. Oha, guck mal. Ich schmeißen Leute den Schlag von oben runter. Geil, Alter. Au. Geil, Mann. Oha. Ich hab auch eine. Oha. Ich hab auch eine gefangen. Guck mal. Oha. Geil, Alter. Hier fällt einfach Luftschlag von oben runter. Oha. 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 Ja. Torf, halten. Oh, was ist die los? Oha. Alter. Okay. Oha. Ich hab Luftschlange. Da, schon wieder Luftschlange-Party, Alter. Ist das geil. Oha. 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 We core mag das. Oha. Sch�š hell wie mein es reicht malen ist erst ab 6 Uhr erlaubt wenn ihr nicht sofort aufhört ruft ich die Bull und unser oberbürgermeister hat nichts entschieden dass wir eine zeitliche begrenzung haben also haben wir und wenn sie damit ein problem haben rufen sie die Bullen an alles andere ist mir egal ach so ist das dann gibt eben eine anzeigung wegen Ruhestörung wenn ihr euch nicht zusammenreißen tut dann gibt es eine glückliche Ärger das wirst du dann merken sympathisch man kann sich unterhalten so erstmal den restlichen Döner von gestern verspachteln ich hoffe dass ich eine solle manuellen vergiftung krieg und gerade alles abgeschackt alles drauf alles safe alles geil feinste aufnahme so vorbereitet ist schon mal zwei mal laser dingster bengal feuer was ich einhorn pups superfly bla 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 machen wir halt eine show das wird wohl noch eine kleinigkeit alter hier so ein bisschen zusatz dies das ist das die ist das die das ist die oh ja es ist die sch 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 alter Falter ich zünd an mach kannst schmeißen das ding ist kein problem alter Falter Hüftbilder Fireball F3 oh oh ach so ist schon verleitet ach so ist schon verleitet nö war noch nicht anzünden gerade oha oha alter ein bisschen weiter weg Dekker jawoll oha barbarian aus den Dingens hier wie heißt der wie heißt der tiny oha geil das ist schon weit Winkel hammerhart oha hammer hammer junge ja heller gas macht ganz hier r kr 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 und er die untere so schwärmerei alle ist das krass ich habe weitwinkel schon an ich bin sehr froh hoffentlich ist der Fächer richtig rum Ja, das ist geil, Junge. Wuhu! Halt dein Maul, ist das geil, Junge. Goldfinger. Geil. Oh yeah. Wow, Alter. Jawoll. Aber sowas von, Alter. Wuhu! Ja, Mann! Stell dir dein letzter schon hin, ne? Dankeschön. Wuhu! Junge. Oh, krass. Viel zu fett, oder? Morro Max. Guckst du denn hierher, Alter? Du? Ja, Mann! Wuhu! 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 Jawoll, Alter! Geil! Wau! Wuhu! Yippie! Oh, hier ist alles voll, Digga! Alles voll! So, jetzt geht ab, oder was mit der Dings? Die große, oder was? Die fette? Hi, Jens! Alles klar, viel Spaß, Leute! Ganz schön teurer Brust hier, ne? Egal, ab geht's, Junge! Finale! Wuhu! Hau an, das Ding! Hey! Das muss der Titter ohne gesetzt! Huuu! 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 Oh myуск! Huuu! Boah! Alter! Das nenne ich einen würdigen Abschluss, Alter. Ich flatter hier, Junge. Kranke Nummer, oder? Ja. Hat Spaß gemacht, Herr Grey. Oh, das ist schön, ja. Oh, das klingt mich auch. Da hört es doch nicht auf, hier! Alter Junge, nee. Krasse. Ja! Du bist... Ja! Ja! Ja, Kailufatzki, Junge! Ohohoho! Und was war das denn? ?! Na! Genau. Gahara! Ohohooo! Yo! Gahara! S0Ei! Marta! Alter, zeig mal. Ja, zeig mal ein Feuerwerk. Ja, es ist F4. Boah, ist das gelesen. Alter. Komm mal her. Schnau zusammen, wir verschwinden das. Der neue Knaller. Ganz der andere Knaller. Du Scheiße, Alter. Oh, Feier. Was geht hier ab, ey? Oha. Sekli. So. So. Schau mal, was geht denn hier? Oh nö, die Linse! Scheiße! Jäger, es geht! Ach, danke, Alter! Ohohoho, ich hab voll! Yeah! Was gesagt hier, ne? Ohohoho! 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 Alter, wie heißt das? Mh, fertig! Schon wieder verpasst die Pisse, Alter. Schmeiß dir gleich das Handy weg. Ich sag schon gerade, wir sind jetzt oben angekommen, wir haben Szene. Andere machen jetzt Raclette oder Buffet oder was weiß ich für eine Jauche, ne? Ich schmatze mir hier so eine olle Stullerin, eher ein Trottensbrötchen. Geil, aber passt schon. Oh, wir sind im Arsch. Wir sind richtig im Arsch. Jetzt nochmal alles laden, Ding Dong. Und dann ist Escalation oder was? Alter, wo hast du denn geknült, ey? Sieht aus wie eine Titte mit einem riesen Tellernippel, Alter. Oha, gut Schmerz, Alter. MC Stullerich. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Wooh! Groß! Jetzt geh rum die Lutschi. Ja! Ja, 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 ja! Ja! Ja, 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 ja! Wie kann man mein Oma so behaupten? Hahahaha! Digge, mach ich! Scheiße! Was ist das? Leute, ich werde euch das noch erzählen. Ich werde alt. Es ist gerade mal ... Ja, 10 nach zwei. Ich bin schon hart im Arsch. Ne, mir brennen die Füße, Junge. Ich seh aus, als wenn ihr, keine Ahnung, adet. Ich hab nicht mehr Häckerei. Aber eine richtig geile Runde, Alter. Aber keine Sorge, geht weiter morgen bzw. nachher geht es weiter Tag nach Silvester und dann abends nochmal richtig durchdrehen. Oh mein Gott, bin nicht mal dazugekommen, Bauchfreude-Teile abzudrehen, das sagt alles, oder? Keine Vergleiche, einen Böller-Vergleich habe ich gemacht, aber um Gottes willen, man konnte nichts machen. Teilweise echt nur Kamera aufgestellt, bam, bam. So etwas Krasses habe ich noch nicht erlebt, mit Abstand noch nie in meinem ganzen verfickten Leben. Aber, das war so schön. Gute Nacht. Gute Spatzdamen. Also, der Tag nach Silvester, wir haben Neujahr, 1.1.2024, hört sich das komisch an. Seit 10 Uhr war er, jetzt ist er 11, jetzt ist er hier, jetzt drehen wir das ab, Alter. Oh, alle fit wie ein Turnschuh. Mein Gicht C ballert rein und Erkältung kickt, glaube ich. Oh, feinste Asi-Möhle, ist das schön. Aber so muss das aussehen am 1.1., sonst taucht das nichts. Gut, dann werden wir erst mal das Video abdrehen. Oh. Einfach eine Bombette und eine Kippe hier auf den Balkon. Oh, hätte auch anders ausgehen können, ey. So, wir sind fast durch mit unserem Tag nach Silvester. Das hier ist irgendwie nicht so viel los, aber, ich muss sagen, sonst auf jeden Fall. Kann man nicht meckern, Jungs und Mädels. Könnt ihr mal rüber switchen zum Tag nach Silvester, falls das schon online ist. Oh ja, lecker schmecke. Gut schmatscht, Klausi. Staubklops und Videos gucken. Besser geht nicht. Oh, oh. Das sollte aber nicht passieren, du. Uppli, da war wohl ein Quercläger. Naja. Oh, Alter. Geil. Da, Antwort von hinten. Was ist das geil? Der erste, erste. Ein von der Schwen. Oh, noch feinste Ware hier. Ja, gut, die haben wir ja schon oft besucht, wie wir gesehen jetzt. Ja, genau das. Achso, habe ich das schon mal gefilmt? Oder was? Ich glaube, das ist noch eine, sogar ich muss die, äh... Was ist die? Oh, geil. Ach, die alte Alligator noch in dem anderen Format. Die hier unten ist, die Superflyer. Superflyer, geil. Ja, die haben wir ja schon... Jo, ach, behalte die mal ruhig auf. Jo, die rennen hier ganz... Selbstverständlich vielleicht auch lang, Alter. Das wäre nix gewesen, wer. Die sind doch gar nicht auf. Ja, die hatten wir doch vorhin. Die ist so krank, Digga. Ach, die hatte die, ja, schon, ne? Aber, hallo. Wolltest du deswegen ein Messer nehmen, oder? Ganz weit weg von der Brücke, würde ich nur mal sagen. Und es ist noch alles feucht vom Regen, ne? Gut, gut, gut. Kriegen wir für so. Scheiße, der Sack ist weg. Guck mal. Alter. Scheiße. Oh, fuck, sorry, Alter. Was ist denn da los, Digga? Da ist eine Fontäne. Das ist die... Oh, Arno, es ist drin. Ach so. Ja, gut. Scheiße. Digga, hier liegt doch ein Heuer. Also, dann. Schönen Abend noch, ja? Wollt schaffen, ne? Ja, absolut. Ach, ach, ach. Du woher. Ach. Ach, mir doch. Vielen Dank.